Sie bevölkern die Welt seit 400 Millionen Jahren. Allein in Deutschland leben etwa 30.000 verschiedene Arten. Ihre wundersame Verwandlung von der Larve zum fertigen Insekt erstaunt uns Menschen immer wieder aufs Neue. Die bunte Vielfalt der Insekten ist allgegenwärtig. Noch. Unlängst sind die Krabbeltiere in die Schlagzeilen geraten. Vom Insektensterben ist die Rede. Und davon, dass ihre Zahl immer kleiner wird. Was ist passiert? Das Verschwinden der Insekten könnte zur ökologischen Katastrophe werden. Was können wir tun, um sie zu retten? In der Welt der Insekten lauern zahlreiche Gefahren. Kaum ein Kerbtier stirbt eines natürlichen Todes. Die Wespenspinne fängt am liebsten Heuschrecken. Aber auch für einen tief fliegenden Admiral ist ihr Netz eine tödliche Falle. Ein Kampf zwischen der Klebekraft des Spinnennetzes und der Muskelkraft des Schmetterlings. Der Admiral hat Glück. Seine Flügelschuppen haben ihm das Leben gerettet. Sie lösen sich leicht ab und verkleben die Spinnenseide. So hat der Falter etwas Farbe verloren, aber die Freiheit wiedergewonnen. Die Verluste durch ihre zahlreichen Fressfeinde gleichen die Insekten seit jeher durch viele Nachkommen aus. Fast alle Arten legen Dutzende oder sogar Hunderte Eier. Wenn ein Teil der Elterntiere gefangen wird, spielt das für den Fortbestand der Art keine Rolle. Dr. Robert Trusch fängt Schmetterlinge von Berufswegen. Er arbeitet als Wissenschaftler am Museum für Naturkunde in Karlsruhe und macht sich große Sorgen um die Zukunft der heimischen Falter. Der Job des Schmetterlingsexperten ist es, ihre Bestandsentwicklung zu beobachten und zu dokumentieren. Nicht nur bei den von Haus aus seltenen Arten, sondern auch bei den häufigen, wie dem Landkärtchen. Wir haben Daten, bei denen die Schmetterlingsbeobachtungen weit über 200 Jahre zurückreichen. Und wir können sehen, ob Arten aus der Fläche verschwinden oder nicht. Das heißt, wir können sagen, Arten sind da oder Arten sind nicht mehr da. Wir sind hier am Stadtrand von Karlsruhe, am Kraichgaurand, der Knittelberg. Das ist ein Gebiet, das noch zum Stadtgebiet von Karlsruhe gehört, aber schon aus der Oberrheinebene herausragt im Osten. Es ist ein sehr blütenreiches Gebiet und hier ist die Fauna und Flora noch relativ divers. Wiesenvögelchen, Kaisermantel, Schwalbenschwanz, Tagpfauenauge und viele andere Schmetterlinge gehören auf so eine Wiese am Waldrand. Aber auch unzählige andere Insekten, wie die Blutzikade, verschiedene Hummeln und kleine Zweiflügler wie die Bohrfliege. Laufkäfer huschen auf der Partnersuche über den Boden, während oben zahllose Insekten durch den Halmdschungel klettern. Etwa der Purzelkäfer mit seinen Füßen, die wie Enterhaken aussehen. 7.000 Käferarten leben in Deutschland und fast 4.000 verschiedene Schmetterlinge. Um sie zu erkennen und einzuschätzen, ob sie bedroht sind, bedarf es Spezialisten wie Robert Trusch. Das ist ein veränderliches Widerchen. Sehr schön zu erkennen an dem roten Ring am Hinterleib. Das ist schon was Besonderes. Das veränderliche Widerchen gibt es in Karlsruhe nur am Knittelberg. Und war heute sonst noch etwas dabei? Ich habe nichts Herausragendes gefunden. Ich habe ein paar Arten gefunden, die hier sein müssen. Aber was mir auffällt, ist, dass die Individuenzahlen im Vergleich selbst noch zu meiner Kindheit doch recht gering sind. Wenn wir unsere baden-württembergischen Daten angucken, wir haben ja in Baden-Württemberg die Grundlagenwerke, die darüber Auskunft geben, wie es um die Flora und Fauna bestellt war. Und dort ist eine gute Bestandsaufnahme erfolgt. Das heißt, man weiß, was es mal in der Fläche gab. Und da sehen wir eben, dass in der Fläche doch sehr, sehr viele Arten zusammengebrochen sind. Dass Arten, die einst mehr oder weniger flächendeckend, wenn auch lokal verbreitet waren, heute fast nicht mehr da sind. Aber muss es uns Menschen überhaupt kümmern, wenn die Insekten weniger werden? Leiden wir nicht in erster Linie unter den Plagegeistern. Beim Biergartenbesuch stören Mücken, die sogar Krankheiten übertragen können. Fliegen, Ameisen und Wespen sind lästige Besucher im Garten und auf der Terrasse. Doch Insekten sind auch Sympathieträger und bereichern unser Leben. Durch ihre Schönheit und ihre grazile Anmut. Es wäre ein Sommergarten ohne Schmetterlinge. Aber nicht nur im Garten. Sieht man genauer hin, kann man überall die Schönheit der Insekten beobachten. Auch am Wasser. Prachtlibellen tanzen, um ihr Farbkleid zur Geltung zu bringen. Allerdings nicht vor uns Menschen, sondern vor ihren Artgenossen. Vor allem vor den Weibchen. Die müssen die Männchen erst überzeugen. Und das kann dauern. Irgendwann hat das blaue Prachtlibellenmännchen das grüne Weibchen mit den Zangen hinter dem Kopf gepackt und die beiden bilden ein Paarungsrad. Später, zur Eiablage, geht das Weibchen auf Tauchstation und zieht sich so vor zudringlichen Prachtlibellenmännchen zurück. Hier unten sticht sie nun in aller Ruhe die Libelleneier, eines nach dem anderen, in die Stängel des flutenden Hahnenfußes ein. Der Eiablageort ist gut gewählt. Denn im Halmgewirr der Wasserpflanzen sind die Prachtlibellenlarven gut geschützt und machen Jagd auf alles, was sich bewegt. Insekten sind erstaunliche Tiere. Ameisen schleppen scheinbar mühelos das 40-fache ihres Körpergewichts. Heuschrecken springen hundertmal so weit, wie sie lang sind. Auch Käfer haben Herkuleskräfte. Im Gegensatz zu ihren Namensvettern, den Rothirschen, sind sie stark genug, einander auszuhebeln und auf den Rücken zu werfen. Aber Insekten sind nicht nur erstaunlich, sie sind auch unentbehrlich. Ohne Mistkäfer und andere Insekten würden wir im Dung der Wildtiere ersticken. Die Räumkommandos arbeiten im Stillen und fallen uns nur selten auf. Sie beseitigen Exkremente und machen sie wieder für die Pflanzenwelt verfügbar. Vielleicht noch wichtiger ist die Rolle der wildlebenden Insekten als Bestäuber. Ob draußen in der Natur oder bei unseren Nutz- und Zierpflanzen, allein die Wildbienen, zu denen ja auch die Hummeln gehören, leisten eine unermesslich wertvolle Arbeit bei der Befruchtung der Flora. Und dann wäre da noch die Rolle der Insekten als Schädlingsvertilger. Die Heerscharen von Ameisen, die in zwei Dutzend Arten bei uns vorkommen, schleppen jährlich tausende Tonnen Insekten in ihre Bauten. Insekten, die in Forst- und Landwirtschaft als Schädlinge auftreten können. Ohne diese Nützlinge würden wir wohl viel mehr Gifte einsetzen, die am Ende uns selber schaden. Eine Etage höher geht der Puppenräuber auf Jagd. Er gehört zu den Laufkäfern, ist extrem selten, kann sich aber bei einem Massenauftreten von bestimmten Raupen selbst stark vermehren. Der Puppenräuber klettert hervorragend und jagt seine Beute selbst in den Kronen der Waldbäume. Ein Hornissenvolk im Garten. Wenn die gewaltigen Brummer den Komposthaufen umschwärmen, flößen sie uns Respekt ein. Wer die Hornissen eine Weile beobachtet, erkennt bald, dass auch sie äußerst nützlich sind. Hornissen machen bevorzugt Jagd auf Fliegen und Wespen. Auch gegen eine Invasion von Blattläusen, die wir im Blumenbeet nicht dulden, gibt es natürliche Verbündete. Dies ist die Larve einer Schwebfliege. Sie verbringt ihr ganzes Jugendstadium auf den Zweigen der Floppenblume. Und sie holt sich im Zehn-Minuten-Takt laus um laus, vertilgt im Laufe ihres Daseins als Larve hunderte, ja tausende Schädlinge. Bis sie genug gefressen hat und zur geflügelten Schwebfliege wird. Maikäfer waren einst so häufig wie die Blattläuse und ebenso gefürchtet. Wo sie heute noch zahlreich sind, werden die Eidechsen satt und viele andere Tiere. Ob Nützling oder Schädling, Insekten spielen als Nahrungsgrundlage eine unverzichtbare Rolle im Netz der Natur. Selbst die Frösche im Gartenteich sind auf Gedeih und Verderb auf Insekten angewiesen. Selbst die Stechmücken, hier als Larven, spielen eine wichtige Rolle als Nahrung für andere Tiere. Für Libellenlarven zum Beispiel oder für viele Fische. Wie diesen jungen Hecht. Und auch wenn die Plagegeister einmal als fertiges Insekt aus dem Wasser gestiegen sind, ist es keineswegs ihre Hauptaufgabe, uns zu ärgern. Gibt es viele Mücken, werden auch viele Singvögel satt, wie die Schwalben und können mehr Nachwuchs produzieren. Der Insekten-Schwund in unserem Land ist wissenschaftlich belegt. Gleichzeitig breiten sich viele Arten aus, so wie die rote Mordwanze. Ein ausgesprochen wärmeliebendes Insekt, das immer mehr trockene Böschungen erobert. Auch in Gegenden, wo man sie zuvor noch nie gesehen hat. Mordwanzen und viele andere Insekten mögen es warm. Spielt hier die Erderwärmung eine ungeahnte Rolle? Der Klimawandel, der jetzt natürlich besonders schnell vonstatten geht, Menschen gemacht, der hat natürlich einen Einfluss. Das einzige Bestände ist die Veränderung und auch die Fauna ist einer solchen Veränderung unterlegen. Wir haben Neubürger, gerade hier am Oberrhein merken wir das, wenn die über die Burgundische Pforte hochkommen. 2008 Ankunft vom Karstweißling, Tieres Mani oder andere Arten wie der kurzschwänzige Bläuling, der hier mir sogar vorhin ins Netz gegangen ist. Dieses Tierchen, das war einst relativ wenig verbreitet hier am Oberrhein, hat heute im Grunde fast die Bundesrepublik überrollt, ist bis Berlin und weiter vorgedrungen. Der Kaiserstuhl ist ein Gebiet, in dem seit jeher besonders wärmebedürftige Insekten leben. Dank Klimawandel breiten sich nun einige von ihnen in die Umgebung aus. Weinbauklima, heißt es in vielen Insektenbüchern, braucht diese oder jene Art. Genauso eben wie der Wein. Nackte Wände aus Löss oder Lehm sind ideale Lebensräume für besondere Insekten. Die Schornsteinwespe gräbt Brutstollen in die Wand und fördert dabei Abraum zutage. Aus dem herausgebuddelten Material formt sie einen krummen Rüssel. Der tubenförmige Eingang erschwert Parasiten den Zugang zum Wespennest. Ist er lang genug, wird der restliche Lehm, der bei den Grabarbeiten anfällt, einfach fallen gelassen. Etwa vier Stunden dauert es, bis die Schornsteinwespe ihren Bau fertiggestellt hat. Bald ist alles für den Nachwuchs vorbereitet. Am Kaiserstuhl leben noch mehr Besonderheiten. Etwa die Gottesanbeterin, ein Lauerjäger. Die Schornsteinwespe schleppt derweil Rüsselkäferlarven in ihren Stollen. Sie dienen als Proviant für den Wespen-Nachwuchs. Auch die wehrhaftesten Insekten sind gegen die dornenbewährten Fangbeine der Gottesanbeterin machtlos. Während sich die Gottesanbeterin ausbreitet, verschwinden Arten wie der blauäugige Waldportier auch aus den Insektenhochburgen im Südwesten. Einst flog er am Kaiserstuhl, bei Tübingen, am Bodensee und am gesamten Oberrhein herum. Heute gilt er in Baden-Württemberg als stark gefährdet, in Rheinland-Pfalz sogar als ausgestorben. Wenn sich doch einige Insekten dank Klimawandel ausbreiten, warum verschwinden dann so viele andere wie der blauäugige Waldportier? Robert Trusch, der Schmetterlingsexperte, wechselt den Arbeitsplatz, vom lichtdurchfluteten Trockenhang ins schattige Naturkundemuseum. Hier lagern Schätze aus vier Jahrhunderten. Schätze, die eine eindeutige Sprache sprechen. Denn seit jeher dokumentieren Insektensammler ihre Beobachtungen mit Präparaten, sogenannten Belegexemplaren. Dadurch können Wissenschaftler die Zeiten vergleichen. Das Sammeln von Insekten hat auf ihren Bestand keinen Einfluss. Ob die Falter von Vögeln und Gottesanbeterinnen gefangen werden oder von Forschern, spielt keine Rolle. Wo ihr Lebensraum intakt ist, vermehren sie sich in großer Zahl. Was also ist passiert, dass so viele Insekten verschwinden? Auch jene Arten, die niemand sammelt und auf Nadeln piekst. Anhand der Karlsruher Sammlung kann man sehr gut den Artenrückgang nachvollziehen. Denn wir haben hier Belege aus mehreren Jahrhunderten. Wir können in der Zeit zurückschauen. Ich habe mir ein paar Beispiele mitgebracht. Der Osiris-Bläuling, eine Art, die noch 1929 auf der Schwäbischen Alb gefunden werden konnte. Eine Reliktart. Das Haarstrangwitterchen oder den rotbindigen Samtfalter. Oder hier ein Beispiel aus der neueren Zeit. Der letzte Fund offiziell 1991. Vielleicht gibt es noch eine Sichtung von 2008. Augsburger Bär. Wir können eine Beschleunigung des Rückgangs feststellen. Natürlich anhand der Sammlung. Dort liegen die Belege. Aber vor allen Dingen anhand unserer Datenbanken, wo wir eine Vielzahl der Datensätze aufgehoben haben. Und hier zeigt sich eindeutig, dass eigentlich schon in den 50er-Jahren dieser starke Rückgang beginnt. Dass Arten aus der Fläche verschwinden. Sie sterben nicht komplett aus. So wie wir das hier bei diesen Beispielen hatten. Die ja eben schon komplett weg sind oder fast weg sind. Aber sie werden viel, viel, viel seltener. Wir haben Beispiel Apollo-Falter. Einstmals an 50 Stellen. Heute noch eine Stelle in Baden-Württemberg. Also dieses Zusammenbrechen in der Fläche. Das können wir beobachten. Dieser Befund gilt nicht nur für den berühmten roten Apollo. Auch sein weniger bekannter Cousin, der schwarze Apollo, ist mittlerweile fast verschwunden. Einst besiedelte diese Art weite Teile der Hochflächen auf der Schwäbischen Alb. Wiesen, auf denen die schwarzen Apollos herumwirbeln wie Taschentücher im Wind, waren nichts Besonderes. Heute gibt es nur noch zwei Fundorte, obwohl es längst niemand mehr wagt, die Apollos zu fangen und aufzuspießen. Die ungedüngten, artenreichen Wiesen, die Falter und Raupe als Lebensraum dienen, sind nicht mehr da. Der Schlüssel für den Rückgang ist letztendlich in der Landnutzung zu suchen. Wir nutzen als Mensch die Landschaft sehr intensiv, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben einen kompletten Wandel in der Art und Weise, wie die Landschaft bearbeitet wird. Die Feldflur wird heute nur noch mechanisch bearbeitet. Es gibt eine immer stärkere Tendenz dazu, Gifte auszubringen, die eben auch in der Vorkriegszeit nicht vorhanden waren. Gifte mit starken Nebenwirkungen. Einst raffte das Spritzmittel DDT die Greifvögel dahin, bis es 1972 hierzulande verboten wurde. Heute werden im Ackerbau und auf Obstplantagen Insektizide versprüht, die ungleich wirkungsvoller sind. Es darf bezweifelt werden, dass alle ihre Auswirkungen auf die Umwelt bekannt sind. Die Neonicotinoide wirken als Nervengift und sorgen dafür, dass Bienen sich zum Beispiel nicht mehr vernünftig orientieren können. Sie wirken leider eben auch noch unterhalb der tödlichen Vergiftung. Sie beeinflussen das Immunsystem bei Bienen negativ. Und wenn wir das DDT als Referenz nehmen, das in den 60er Jahren ja schon stark umstritten und dann letztendlich auch verboten wurde. Und vergleicht das mit den modernen Neonicotinoiden, dann erreichen wir dort eine Giftigkeit, die bis zu 7000-fach ist. Und nicht alles verbleibt an der Pflanze, die geschützt werden soll. Man weiß sogar, dass eigentlich 98 Prozent davon in die Umwelt gehen. Die Supergifte finden sich heute nahezu überall im Boden und in Gewässern. Und sie wirken schon in geringsten Konzentrationen. Sollten Wildbienen, Rosenkäfer und all die anderen Blütenbesuche im Apfelbaum deswegen seltener werden? Raffen Agrargifte nicht nur die Schädlinge dahin, sondern auch geschützte Falter, Libellen und Käfer? Es ist sicherlich ganz wichtig, dass man diese hochgiftigen Substanzen aus der Fläche rauskriegt und dass man mehr wieder zu mechanischen Verfahren, zum Beispiel der Unkrautbekämpfung übergeht, zu einer intelligenteren Flächennutzung. Wir haben natürlich nicht die Möglichkeit, die Zeit zurückzudrehen. Wir können nicht von den Bauern verlangen, dass sie plötzlich wieder mit Pferden auf die Felder ziehen. Aber man kann mehr Raum in der Agrarlandschaft zur Verfügung stellen, wo sich Insekten entwickeln und überleben können. Die Blühstreifen, die da propagiert werden, sind nur ein Anfang, dann eigentlich braucht man ein großes System der Vernetzung der Lebensräume, wo sich die Arten auch dauerhaft entwickeln können. So wie in der guten alten Streuobstwiese auf der Schwäbischen Alb. Es gibt sie noch. Zugleich Obstplantage, Heuwiese oder Viehweide und artenreicher Lebensraum für unzählige Insekten. Eine Vielfalt, von der am Ende der Nahrungspyramide auch wir Menschen abhängen. Genauso wie die Vögel. Sie brauchen solch artenreiche Lebensräume voller Insekten. Nur hier vollführt der Halsbandschnepper seine halsbrecherischen Jagdflüge. Die Streuobstwiese bietet dem Insektenjäger nicht nur gute Jagdgründe, sondern auch eine Auswahl an Brutmöglichkeiten. Halsbandschnepper sind Höhlenbrüter. Genau wie die Blaumeise, die ursprünglich natürlich nicht in Vogelnistkästen in unseren Gärten brütete, sondern in solchen Baumhöhlen. Aber auch im schönsten Lebensraum lauern natürliche Gefahren. Die Blaumeisenmutter ist äußerst mutig, denn sie hat einen gefährlichen Gegner vor sich. Kohlmeisen töten regelmäßig artfremde Konkurrenten im Kampf um einen Nistplatz. Und dann ist deren Brut dazu verdammt zu verhungern. Aber in diesem naturnahen Obstgarten gibt es zum Glück genügend alte Bäume und damit Brutplätze für alle. Und es gibt so viele Insekten, dass alle Vögel genügend Futter für ihren Nachwuchs finden und auch selbst satt werden. Hier brüten keine Schnepper und keine Meisen mehr. Hier lebt überhaupt kaum noch etwas. Die Förderpolitik der EU subventioniert seit Jahren eine industrialisierte Landwirtschaft. Das Ergebnis? Monokulturen, Agrarchemie, Intensivanbau. Insekten bleiben auf der Strecke. Ihnen fehlt schlicht der Lebensraum. Die Nahrungspyramide bröckelt. Brauchen wir mehr Schutzgebiete, um den Rückgang der Sechsbeiner und damit das Schwinden der Artenvielfalt zu stoppen? Dr. Jörn Buse ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Nationalpark Schwarzwald und untersucht Möglichkeiten zum Erhalt einer vielfältigen Insektenwelt in Großschutzgebieten. Der Nationalpark spielt eine wichtige Rolle beim Erhalt der Insektenbiomasse und beim Erhalt der Insektenvielfalt, weil in solchen Gebieten menschliche Störungen weitestgehend minimiert werden. Wir wissen, dass ein Mix von verschiedenen Ursachen wahrscheinlich für den Verlust an Insekten und Insektenbiomasse verantwortlich ist und das sind überwiegend menschlich gemachte Faktoren. Einerseits aus der Landwirtschaft, andererseits eben auch Landschaftspragmentierungsprozesse und deswegen glauben wir, dass mit solchen Ansätzen auch die Insektenvielfalt erhalten werden kann. Viele Kerbtiere brauchen altes Holz. Nur hier leben ihre Larven und nur hier schlüpfen später die erwachsenen Tiere. Der auffällige Eichenwetterbock etwa und zahllose meist kleine und unscheinbare Arten. Wälder mit einer lang existierenden Kontinuität der Lebensräume sind sehr, sehr wichtig, weil wir dort Reliktarten finden, die nur an diesen Flächen vorkommen und die sitzen dann am Holz, kann man auf dem Holz beobachten, aber entwickeln sich und in der Wachstumszone des Holzes und auch im Totholz selbst. Und diese Tiere sind sehr spannend, sie können nicht fliegen, sie sind sehr winzig und sie brauchen einfach immer wieder diese Holzressource, um Populationen auszubilden. Im Nationalpark leben auch große, prächtig gefärbte Käfer wie der goldglänzende Laufkäfer oder der dunkelblaue Laufkäfer. Oder der Bergwaldlaufkäfer, der allerdings zu den Verlierern zählt. Auch hier im Nationalpark, wo sein Lebensraum eigentlich bestens geschützt ist. Er zieht sich immer weiter in die Höhenlagen des Schwarzwalds zurück. Gegen manche Einflüsse ist auch ein Nationalpark machtlos. Zum Beispiel der Bergwaldlaufkäfer, der historisch wahrscheinlich ab so 400 Meter Höhenlage vorgekommen ist, hat jetzt seine niedrigsten Populationen etwa ab 650 bis 700 Meter, ist also in den letzten Jahrzehnten im Zuge der Klimaerwärmung schon massiv in die Höhe gegangen und die untersten Populationen sind wahrscheinlich ausgestorben. Der Klimawandel wirkt sich also auch hier im feuchten und vermeintlich kühlen und gut geschützten Nationalpark aus. Das Verbreitungsgebiet des Bergwaldlaufkäfers wird definitiv im Schwarzwald kleiner werden über die nächsten Jahrzehnte im Zuge der Klimaerwärmung. Und dadurch steigt natürlich auch das Aussterberisiko für diese Art. Ein behaarter Stierkopf-Mistkäfer auf dem Weg durch sein muffig riechendes Reich. Ist er ebenfalls so ein sechsbeiniger Verlierer? Er mag es durchaus warm, anders als der Bergwaldlaufkäfer. Dennoch steht der behaarte Stierkopf-Mistkäfer auf der roten Liste. Mist gibt es ja genug auf der Welt, möchte man meinen. Aber stimmt das wirklich? Jörn Buse ist anerkannter Experte für Dummkäfer. Er kann die etwa 100 heimischen Arten unterscheiden, aber dazu muss er sie erst einmal finden. Im Dung der Rinder, aber auch in dem der Pferde, entwickeln sich unterschiedliche Insektengruppen. Das sind vor allen Dingen Fliegen, verschiedene Fliegenfamilien, aber auch verschiedene Käferfamilien mit unterschiedlichsten Arten. Es kommt dabei darauf an, ob der Dung im sonnigen oder im schattigen Bereich abgelegt wird. Und es sind sowohl räuberische Arten als auch Arten, die direkt den Dung fressen und konsumieren. Eine Menge Insekten sind also ganz scharf auf den Mist. Weil es schon seit Jahrtausenden große Haus- und Wildtiere bei uns gibt, haben sich im Laufe der Evolution unzählige Arten auf deren Hinterlassenschaften als vermeintlich nie versiegende Nahrungsquelle spezialisiert. Und von diesen Dungfressern leben wiederum viele größere Tiere. Eine Weidefläche, wie wir sie hier sehen, hat eine sehr hohe Bedeutung für Insekten, weil wir in den Dung sehr hohe Biomasse an Insektenlarven haben, aber auch an fertigen Insekten, an adulten Tieren. Und wir haben, wenn man das hochrechnet, pro Kuh, die hier den Dung abliefert, im Jahr eine Förderung von 120 Kilogramm Insektenbiomasse. Also jede Menge Beutetiere. Insekten stehen ja am Anfang der Nahrungskette. Das heißt also, als Tiere konsumieren sie entweder pflanzliche Substanz oder verwerten den Dung wie hier. Und dann gibt es höhere tropische Ebenen, zum Beispiel Fledermäuse oder Vögel, die vor allen Dingen während der Jungenaufzucht ganz viel Eiweiß brauchen und dann auf diese Insektenbiomasse angewiesen sind. Das heißt, wir haben auch eine Reihe von Arten, die davon wieder profitieren. Das Schwarzkehlchen etwa. Es mag offenes Buschland, wo Großtiere weiden und wo zwischen abgefressenen und hochgewachsenen Bereichen viele Insekten leben. Hier bekommen die Schwarzkehlchen-Eltern ihre Küken satt, die versteckt in einem Nest in der Wiese liegen, irgendwo am Rand der Weide. Für die Insekten insgesamt, für die Artenvielfalt der Insekten, wäre es extrem wichtig, mehr Weideflächen zu haben. Und diese Weideflächen sollten vor allen Dingen großflächig sein. Das heißt also, nicht nur fünf oder zehn Hektar, sondern mal 100 Hektar und mehr. Wir wissen von verschiedenen wissenschaftlichen Arbeiten, dass erst ab 100 Hektar, ab 130 Hektar ungefähr, andere Artengemeinschaften auf diesen Flächen vorkommen, die es nur unter diesen speziellen Situationen gibt. Das heißt, wenn wir Maßnahmen entwickeln wollen, gegen das Insektensterben, dann spielen Weideflächen eine ganz zentrale Rolle. Großflächige Weidegebiete, das ist das Primat der Stunde. Wer seine Tiere also wieder auf die Weide schickt, hilft den Insekten enorm. Und jenseits der Wiesen und Weiden, im Wald, lässt sich hier auch etwas für seltene Krabbeltiere tun. Schließlich sind die Insekten in all ihren Lebensräumen bedroht. Bernhard Siegler vom Umweltbildungszentrum Listhof in Reutlingen hat sich dem Schutz des Alpenbocks verschrieben. Es ist sein Lieblingsinsekt. Ja, sein Lieblingstier. Was gibt es Schöneres, als wenn man so einen schönen Sonntag hier die Alpenböcke sieht, die sich jetzt hier sogar noch paaren und sogar die Eier legen. Wenn man hier genau schaut, dann sieht man, dass das Weibchen mit den Legebohren ausfährt und in die Ritzen von dem Baum die Eier einlegt. Das ist ein seltener Anblick, den hat man nicht alle Tage und da hat sich für uns der Aufwand auf jeden Fall gelohnt. Was genau hat Bernhard Siegler für die schönen Käfer getan? Der Baum, der wurde im Winter vor ein paar Jahren geringelt. Da haben wir eine Zusammenarbeit mit dem Forst gemacht und die haben mit der Motorsäge ringsum den Baum hier die Rinde und die darunter liegende Wachstumsschicht zerstört, damit der Baum langsam abstirbt. Und das bewirkt eben dieser absterbende Baum, dass die Käfer kommen und dann ihre Eier hier in den Stamm legen. Also wir haben jetzt die letzten zehn Jahre etwa machen wir Erhaltungsmaßnahmen für den Alpenbock. Und ich kann jetzt hier nicht für die ganze Alp sprechen, aber bei uns in der Region breitet sich der Alpenbock eigentlich wieder aus. Das heißt, dass das Ausbluten der Population versuchen wir zu vermeiden, dass nicht liegende Buchen dann zum Holzabbau im Sommer abtransportiert werden mit den ganzen Larven vom Alpenbock. Und so konnten wir jetzt den Bestand eigentlich wieder ausdehnen, auch in der Fläche. Es kann nicht sein, dass das Überleben oder Aussterben bedrohte Insekten nur vom Engagement einzelner Liebhaber abhängt. Nicht bei 30.000 verschiedenen heimischen Insektenarten. Außerdem fehlt oft das Wissen um die Bedürfnisse der einzelnen Insektenarten. Zumal es immer weniger Spezialisten gibt wie Bernhard Ziegler, die sich auskennen und die wissen, wie man den einzelnen Arten helfen kann. Dem Mangel an Wissen will man hier begegnen, im Krabbeltierhaus des Umweltbildungszentrums Listhof. Der mit dem Schwänzchen hinten dran ist der Schwalbenschwanz. Zum Schwalbenschwanz gehört auch tatsächlich... Alexander Beiter hat eine Schulklasse eingeladen und vermittelt Schmetterlingswissen. Er bemängelt, dass die Menschen zu wenig über die Insekten wissen und dass sich deswegen zu wenige für ihren Schutz einsetzen. Und der hier? Tag oder Nacht? Tag. Tag, Falter. Alles vollkommen richtig. Und jetzt verrate ich euch was ganz Besonderes. Diese Fühler, die ganz stark gekämpften, das haben nur die Männchen. Also, dann weiß ich sofort, Mann oder Frau? Männchen und Männchen. Der Biologe vermittelt aber nicht nur theoretisches Wissen. Hier können die Kinder heimische Schmetterlinge hautnah beobachten und kennenlernen. Das hält Alexander Beiter für unverzichtbar. Filme und Bücher alleine genügen nicht. Da ist sich der Experte sicher. Mittlerweile haben wir schon auch die Tendenz, dass wir immer weniger Artenkenntnis haben. Und was wir nicht kennen, das landen wir auch nicht zu schätzen. Und was wir nicht schätzen, dafür haben wir kein Gefühl und das lernen wir auch nicht zu schützen. Hier können wir wirklich den Gedanke, den Funke legen, der später auch im Erwachsenenalter vielleicht noch wieder aufflammt. Also sprich, wenn dann die Erwachsenen auch wieder im eigenen Garten was für Schmetterlinge tun oder für die Insekten. Das heißt, wir legen hier wirklich die Grundlage für sowas wie nachhaltige Entwicklung. Die Kinder sollen erst mal daheim, im Garten der Eltern, die häufigsten Schmetterlinge erkennen können. Und mit den Kenntnissen wächst vielleicht die Begeisterung. Und wer weiß, vielleicht lässt sich der eine oder die andere ja anstecken, beginnt Exkursionen zu unternehmen und interessiert sich auch für die Falter draußen, in der Natur. Weil man aber nur mit viel Glück draußen einmal die Seltenheiten findet und viele Schmetterlingsarten zudem streng geschützt sind, züchtet Alexander Beiter verschiedene Arten als Anschauungsmaterial. Wir wollen ja genau das Einzigartige schaffen, dass wir nicht nur den Falter zeigen, sondern die ganzen Stadien davor, die man ja eigentlich so nicht kennt. Wer hat schon mal ein Schmetterlingsei gesehen? Wer hat schon mal mittlerweile eine Schmetterlingsraupe gesehen oder eine Puppe gesehen? Und genau das möchten wir auch einfach zeigen, dass zum Schmetterling auch einfach so was wie eine Raupe dazugehört. Begeisterung für die Natur, für die bunte Vielfalt der Insekten ist der Schlüssel. Eine Faszination, der alle Wissenschaftler und Naturschützer irgendwann einmal erlegen sind. Meist schon als Kind. Wer genau hinschaut, wird sich auch ein Stück weit von der Begeisterung anstecken lassen. Junge Menschen für das Thema zu interessieren, muss also unser allerwichtigste Aufgabe sein. Wenn man hier eine Führung hat und in die Augen der Kinder blickt, dann sieht man ganz genau, dass man noch irgendwo wirklich das Herz trifft, also die Kinder wirklich noch irgendwo begeistern kann, vor allem dahin begeistern kann, dass sie nachher rausgehen und selber wirklich jedes Blatt umdrehen, um vielleicht ein Ei in der Raupe oder Puppe zu finden und auch später vielleicht wirklich aktiv selber was für die Schmetterlinge, für die Insekten tun. Denn es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden, wusste schon Johann Wolfgang von Goethe. Allerdings hätte der Dichterfürst es sich bestimmt nicht träumen lassen, wie notwendig der Schutz der Insekten einmal werden würde. Robert Trusch, der Schmetterlingsforscher aus Karlsruhe, weiß, dass die meisten heimischen Schmetterlinge in der Nacht unterwegs sind. Mehr als 3000 Arten. Während die auffälligen Tagfalter jedem gleich ins Auge springen und ihr Verschwinden leicht feststellbar ist, sind die meist kleinen Nachtfalterarten ohne besondere Hilfsmittel kaum wahrnehmbar. Deswegen setzt der Forscher auf ultraviolettes Licht, um die Tiere an einen Gasestoff zu locken. Die Schmetterlinge lassen sich im Schein der UV-Lampe nieder und können anschließend in Ruhe studiert, bestimmt und gezählt werden. Ich zähle hier oder ich kartiere hier die Schmetterlinge, die hier vorkommen. Ja, heute haben wir 51 Arten bis jetzt gefunden und wir haben es Viertel nach eins inzwischen, sodass man sagen muss, es ist noch relativ übersichtlich. Eine Nacht wie heute, es sind über 20 Grad, also fast eine Tropennacht, da sollten eigentlich 100 Arten oder mehr zu notieren sein. Das haben wir noch nicht erreicht. Ich kann mich aber an Lichtfänger erinnern, da war in einer solchen Sommernacht es so voll, dass man gar nicht rantreten kann. Also auch hier ein dramatischer Rückgang. Ja, das Worst-Case-Szenario wäre, dass wir am Ende die Basis für unsere Nahrungspyramide verlieren. Wenn wir uns die Nahrungspyramide vorstellen, die ja unten die Basis hat, dieser ganzen Arten, die sich extrem vermehren können, eben Insekten zum Beispiel. Und obendrauf sitzen dann die Wirbeltiere und am Ende wir. Wenn plötzlich von dieser Basis unten 80 Prozent fehlen, dann wird es nicht lange dauern, dass die Pyramide in sich zusammenfällt. Was muss also getan werden, um die Insekten zu retten? Also den Politikern, muss man sagen, ändert die Rahmenbedingungen für die Landnutzung, ermöglicht den Landwirten viel Geld damit zu verdienen, dass sie Biodiversität schützen können. Jeder, der an der Supermarktkasse steht, entscheidet, was für ein Produkt er kauft. Und wenn er dort eben Produkte auswählt, die umweltverträglich und ökologisch produziert wurden, dann erhöht er damit die Nachfrage nach solchen Produkten und damit eben auch die Landfläche, auf der so produziert wird. Die Zukunft der Insekten liegt also in unseren Händen. Noch ist es für die meisten Arten nicht zu spät. Aber längst geht es nicht mehr nur darum, einzelne bedrohte Spezies zu bewahren. Es geht um den Erhalt einer ganzen Tiergruppe. Und es geht auch um unsere eigene Zukunft. Wir müssen unseren Umgang mit der Umwelt ändern. Jeder Einzelne kann etwas dazu beitragen. EINZE EINZE Untertitelung des ZDF, 2020